Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video Wie ihr sehen könnt, fängt das Video ein bisschen anders an. Ich hocke tatsächlich mal in der Berggondel und das hat natürlich einen Grund, denn ich bin mal wieder mit dem Rad unterwegs und zwar bin ich wie jedes Jahr wieder im Bikepark SRVs für Slades und werde hier mal die ein oder andere Runde drehen und habe ich gedacht, nehme ich euch mal wieder ein bisschen mit und zeige euch mal die aktuellen Strecken oder die Streckenbedingungen in dem Bikepark und dann bleibt nicht viel zu sagen, außer viel Spaß beim Zuschauen und bis gleich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020